Also ich persönlich, ja. Ich glaube hier nicht allein. Noelle, was stehst denn du da rum? Hallo, Meister Kamael! Noelle, ich bin Hausmeister, nicht Meister. Na, dann machen wir nichts. Ey, du, kannst du mal auf meine Hupe aufpassen? Oh, Noelle, du hast doch schon Haufen Zeug bei mir in der Werkstatt. Aber sonst wird sich doch geklaut. Na gut, und nur noch die Hupe, ja. Und ich bring dich jetzt wieder in den Klassenraum, und die Hupe nämlich doch mit, ja. Ja, so gut, los, Bauer, da geht's rum. Ja. Ich muss mich ausmachen. Ah, Trompeter, hallo. Wo, wo bin ich denn hier gelangt? Wo ist die Hupe jetzt doch? Ich möchte ihm eine Geschichte erzählen. Was? Nie, Gonzalee? Ja, euch ganz allein. Da ist ja ein Engel. Boah! Ein richtiger Engel. Na, hab ich doch gleich gesagt. Gibt's wirklich. Und du siehst nicht nur noch? Ja. Aber normalerweise sehe ich Engel immer mit geschlossenen Augen. Du bist der erste Engel, den ich sehe, äh, mit offenen Augen. Du hast gleich einen Vogelbüsch. Und du sagst, was für ein Vogel. Hey, so hab ich's ja noch nie gespielt. Na dann. Achtung. Kuckuck, Kuckuck, ruft es aus dem Wald. Das ist ein Kuckuck. Ja. Also, wenn die Vögel singen, ja, dann ist es so, als ob die ganze Welt... Und wo endet der Raum? Ist das Leben unter der Sonne nichts als ein Traum? Oh, sehr schön. Aber jetzt auf Engelspart, Noel, setzen wir uns. Hier, äh, mh, warum, b, pssst, auf Engelspart. Ach so, stimmt. Warum bin ich hier und nicht dort? Wann begann die Zeit? Die haben sogar mitgesungen. Ja, aber nur die Kleinen. Ja. Noel, auch wenn Engel ewig sind, können sie nicht ewig bleiben. Ein Geheimnis? Ich sag's dem Kamei, ins Ohr. Bin mal gespannt. Also dann, auf Wiedersehen! Wiedersehen! Was ist denn alles, hm? Na, sag's schon. Bist du traurig? Ja. Soll ich mal nach dem Geheimnis gucken? Hm, mh, 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 mh. Soll ich's mal ausprobieren? Hm. Oder noch? Hm. Hm. Auf allen Füßen? Hm. 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 Na, bist du noch traurig? Nee, gar nicht mehr so traurig. Weißt du was? Ja, machen wir das Geheimnis wieder in den Briefnach, in den Briefumschlag, und das nimmst du mit, wenn ich die anderen Kinder ärgern oder du traurig bist, weißt du, was du machen musst, hm? Ja. Oh, jetzt müssen wir wieder kommen, weil die anderen, die warten schon, bist du bestimmt schon in der Klasse. Ja, gut. Ey, jetzt hab ich ein Geheimnis, Noel und das Engelsgeheimnis. Genau, Noel und das Engelsgeheimnis. Oh, jetzt müssen wir los. Komm, auf geht's. Ja. Darum geht's lang. Ja. Was ist denn, Mann, ich war auf dich. Also, wisst du was? Das mit dem Weihnachter, gell? Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, hä? Warum bin ich hier und nicht dort? Warum bin ich ich und nicht du? Wann begann die Zeit und wo endet der Rauch? Ist das Leben unter der Sonne nichts als ein Traum?